Hallo, ich bin ein Stein. Rauch mich! Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute geht es weiter. Wir starten in den nächsten Teil des Community-Kopfbaus. Als erstes gucken wir uns hier von Nicht-Dein-Typ ein Kopfbau im Oblaco M mit Black Nana und Lotus 1 Plus an. Schon mal sehr vielversprechendes Setup. Wir schauen mal in den Kopfbau rein. Auf jeden Fall schon mal eine gut leere Black Nana Dose. Erstmal lockerflummig da rein. Scheiße, ich wollte die eigentlich nur kippen. Lockerflummig rein, ganz leicht verteilen. Okay, finaler Kopfbau war relativ, ja doch, schön fluffig auf jeden Fall. Warte, ich zeige es ja gleich nochmal genauer in die Kamera. Genau, nochmal schön über den Rand gehen, alles reinwischen. Also für mich persönlich wäre das ein kleines bisschen zu wenig Kontakt. Aber wenn er gerne so raucht, ist alles gut. War ein einfacher Kopfbau, aber so einfach kann Funnel halt auch sein. Lockerflummig Tabak rein, kleines bisschen verteilen, Smokebox drauf, zwei Kohlen rein, anrauchen, fertig. So ist das. So einfach ist das. So einfach kann man es sich machen. Es ist kein Hexenwerk. Mir kann jemand erzählen, dass ein Funnel-Kopfbau länger dauert als ein KS-Apo. Wisst ihr, woran das liegt? Ihr habt schon tausend Apos gebaut, aber erst dreimal Funnel. Und dann könnt ihr noch nicht sagen, ja das dauert ja viel länger. Also nee, du hast halt noch keine Übung. So, wenn ich ein Funnel baue, bin ich genauso schnell wie mit einem Apo. Ist einfach so. Vollkontakt ist zu hart. Ja, wie man mag. Auf jeden Fall schon mal geil farblich abgestimmt. Die gelbe Maus-Breeze-Rauchsäule und der gelbe Oblarko. So sieht das dann doch wieder ziemlich nice aus. Das sah doch solider aus, oder? Gute Rauchentwicklung, ein paar ordentliche Ringe am Start. Er raucht mit zweieinhalb Kohlen durch, aber dadurch, dass er nicht viel Kontakt hatte, geht das auf jeden Fall klar. Schöner als der Kopfbau. Easy peasy. Fix gemacht. Gut gemacht. Was soll ich sagen, Leute? Passt. So, der nächste Kopfbau. Sogar mit Kommentaren. Finde ich sehr nice. Wir sehen direkt wieder in Oblarko. Wir wissen noch nicht, welcher Aufsatz. Es gibt auf jeden Fall eine Runde 187. Heute zeigen wir mal unseren Kopfbau. Hier im Oblarko M. Rauchen tun wir Purple Drink. Purple Drink war so eine Sorte von 187. Als ich den ersten Kopf geraucht habe, dachte ich mir so, ich weiß nicht. Am Ende habe ich die Dose doch ganz gerne geraucht. Schön umrühren hier. Genau. Erst umrühren. Das Gerät. Schön saftig. Jetzt hier bei der Hitze. Tut das gut. Der ist ja richtig verklumpt. Geht eigentlich bei 187. Ich finde ihn gar nicht so klumpig. Ich feiere die Schmetterlingstisch-Decke. Wir rauchen mit einer Adalia-Smokebox. Adalia-Smokebox? Was für Adalten? Ah. Ich glaube, ich mache den Ton raus. Er macht nicht den Ton raus. 100% raus. Du hast dich halt missversprochen. Du hast dich halt missversprochen. Das passiert halt. Ich hole ein bisschen rein. Die Ränder jetzt. Genau. Erstmal locker fluffig rein. Jetzt macht er die Ränder noch ein bisschen frei. So a la Shisha-Cloud. Das ist gut. Dafür ist halt ein Stecher schon praktischer, finde ich. Aber geht. Geht. Das ist noch ein kleines Ästchen vom 187-Tabak. Nicht so ein großes Problem. Dann machen wir doch das Kämpfchen sauberer hier. Genau. Einmal schön über den Rand rüber gehen. Jetzt machst du eh den Ton raus. Nein, nein. Ich mache mal ein bisschen mehr schnell raus. Er macht den Ton nicht raus. So. Das war's. Die Amy Smokebox. Drei Kohlen oben drauf gesetzt. Kiosk Zange am Start. Ja, Rauchentwicklung geht klar. Ja. Oh Mann. Diese animierte Wolke. Aber Rauchentwicklung war auch nice. Also war okay. Kann man so machen. Ich hätte fluffige gebaut. Ich hätte ein bisschen weniger Tabak genommen. Ich hätte ein bisschen fluffiger gebaut. Aber abgesehen davon so scheint er zu laufen. War gut. Wir gucken mal rein bei Lil Nick. Er hat auch noch ein Video geschickt mit seinem Kopfbau. Moin. Moin. So. Willkommen zu meinem ersten Video. Und zwar wollte ich heute mal den perfekten Kopfbau zeigen. Also den kann eigentlich jeder nachbauen. Jeder hat einen Tonkopf zu Hause. Und es ist einfach der beste Kopf, den man so machen kann. Meiner Meinung nach. So. Richtig ist erstmal genau. Guten Kopf nehmen. Also es gibt noch andere Köpfe. Aber wenn das so das Beste, dann nehmt ihr das. Und soll jetzt nicht so viel runterfallen. Aber schön reinrieseln lassen. Kann dann auch immer so ein bisschen. So ein bisschen. Okay. Also war ein Gag. Andrücken. Dann passt dann nämlich noch ein bisschen mehr rein. Okay. Das ist ein Gag. Es muss ein Gag sein. Es ist ein Joke. Ich hoffe es ist ein Joke. Nick. Nick. Bitte sag mir ist ein Gag. Bitte kommentiere jetzt mit. Jo war ein Gag. So soll es halt eigentlich passen. Dann nehmt ihr euch. Ich benutze immer mehrmals eine Alufolie. Das ist für mich nicht so verkehrt. Das kann man tatsächlich machen. Ich mache die da so drüber. Und dann sieht das so aus. Ich finde noch ein bisschen. Also ohne Scheiß. Er bringt das so gut rüber. Ich weiß bis jetzt nicht, ob er es nicht doch vielleicht ernst meint. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es nicht. Könnte ich es mir vorstellen. Nachdem was ich bis jetzt so an Kopfbauvideos auf YouTube gesehen habe. Ja. Ich kann es mir vorstellen. Klapp ziehen. Vielleicht noch. Ein, zwei. Normalerweise mache ich das immer mit. Okay, das ist ein Gag. Das muss ein Gag sein. Ohrring, aber... Aber auch wenn es ein Gag ist, es tut so weh. Es tut so weh, das zu sehen. Ha, Nick. Du killst mich. In die Mitte noch eins. Weil ich finde, so ist der Durchzug immer besser. So, dann mache ich mal die Kohlen. Und das wird jetzt auch, glaube ich, ein flottes Video. Eine Pfeife. Nehmen wir uns her. So, hier. Ja, eine alte Amy. Aber da war doch keine Dichtung, oder? Dann erzähle ich euch jetzt mal noch ein bisschen Scheiße. Halt einfach so rund um den Kopfbau, rund um die Shisha, bevor ich zum Wichtigsten komme. Und, ja, das Wichtigste, das kommt gleich noch, genau. Und zwar, also ich baue den so, weil dann passt viel Tabak da rein. Und je mehr Tabak, desto länger kannst du rauchen. Ich finde auch, wenn man das nicht so andrückt, dann ist der Durchzug nicht so gut. Also, wenn man das zu locker baut, dann zieht sich der Tabak an die Löcher. Und, ja, genau. Kommen wir jetzt zum Allerwichtigsten im ganzen Video. Und, also, wer diesen Schritt nicht befolgt, da kann ich versprechen, der hat gar keinen Spaß am Rauchen. Also, äh, wer, wer das nicht, wer, wer das nicht macht, der hat keine Ahnung von Pfeiferauchen. Ähm, und zwar stellt ihr den Scheiß weg, äh, den ihr gerade einfach nur aufgebaut habt, um, äh, irgendwelche Leute zu triggern. Grüße gehen raus, Nick. Danke fürs Triggern. Rollt euch eure richtige Pfeife an. Oh, yeah. Jetzt, äh, now we're talking. Auf den vorgefertigten Kopf. Oh, ja. Ähm. Okay, er macht gerade alles wieder gut. Also, Nick, Respekt, dass du es so gut rübergebracht hast. Ich war echt lange am strugglen, ob du es ernst meinst. Also, ich dachte erst so, als du den Tonkopf genommen hast, dachte ich erst so, okay, wäre jetzt nicht mein Setup, aber wenn es dir gefällt, alles cool, sehen wir auch mal einen Tonkopf-Kopfbau. Dachte ich mir so, okay, nice, kann ich mitleben. Aber, thank God, die KI von der Oblaco und die Smokebox. Ha, kann ich doch beruhigt schlafen heute. So. Sehr gerne, das ist noch ein bisschen anziehen. Geraucht wird heute. Weirdes Kampo, aber der Name ist Black Nana. Zusammen mit dem Huberton Center Shop, kann ich nur empfehlen, wirklich. Also, wer da auch schon ein paar Mal ist, der Zitrone und Münze steht, macht damit auch nichts verkehrt. Ist doch noch so eine saure, bisschen herbenot, aber eher noch so eine sauren Note dabei. Gute Pfeife, guter Kopf, Smokebox am Start, nice Rauchentwicklung. Ja, ich rauche jetzt gemütlich mein Köpfchen. Ich habe hoffentlich einige von euch ranbekommen, ja, vielleicht ja auch den ein oder anderen Reaction-Streamer, das wäre natürlich super. Für einen kurzen Zeitraum. Die Quarte von dem Video ist, macht bitte keine Kopfbau-Videos, wenn ihr irgendeinen scheiß Turnkopf benutzt oder irgendwie sowas. Und generell, es gibt keinen perfekten Kopfbau. Ich rauche gerne so, Smokebox auch gerne mit Alufolie irgendwie, auch ab und zu mal gerne einen kleineren Kopf. Ja, jeder muss da selber irgendwie was für sich herausfinden. Raucht nicht im Tonkopf. Also, jeder muss das für sich selbst herausfinden. Aber, ich glaube, ich muss da ganz ruhig sein. Ich bin da genau gleich. Er ist so, Apo ist Schmutz, auf jeden Fall nicht mit Kamin rauchen. Ey, wenn du mit Kamin rauchen willst, alles cool für mich, Digi. Du musst wissen, wie du rauchen willst, Brudi. Ähm. Hoppla. Du hast nicht den besten Kopfbau, wenn du im Tonkopf bist. Ja, okay. Mach's gut. Auch von Nick. Sehr, sehr solider Kopfbau. Er hatte mich kurz, ja. Kurz habe ich echt gedacht so, oh Gott, er meint es ernst. Oh Gott, er meint das ernst. Und dann hat er alles gerettet. Dann hat er alles gerettet. Sehr nice. Schönes, kreatives Video. Ja, sind wir alle wieder wach. Sind wir alle wieder am Start. Sehr, sehr geiles Ding. Ja, also Nick, danke auch an dich für dieses Video. War sehr cool. War wirklich sehr cool. Wir gucken rein. Von Joel und Julian haben wir noch einen Kopfbau zugeschickt bekommen. Hi, liebe Shisha-WG. Moin. Mein Name ist Joel. Hinter der Kamera ist mein Bruder Julian. Und wir möchten euch heute unseren perfekten Kopfbau im KS-Apo vorstellen. Und wir haben hier verschiedene Tabaksorten zur Auswahl. Candy Breeze von Genie. 187 den Cool Wave. Fantanas von Hukain und einmal von Almasiva Ghetto Cola. Nice. Ich hoffe, sie dem Ghetto Cola. Ghetto Cola und vielleicht noch einen Schuss Fantanas mit rein. Wir haben uns heute für den Fantanas entschieden. Okay. Kann ich mit leben. Zusammen mit den Hukain-Mentholsteinen. Einfach um da die Eisnoten ein bisschen rein zu bekommen. Und ja, dann zeigen wir euch mal unseren Kopfbau. Und dann sehen wir uns gleich. Sehr nice. Hi, ich bin der Julian. Ich war ja eben hinter der Kamera. Jetzt bin ich davor. Und zwar möchte ich die Shisha hier vorstellen. Ja, eine schöne, kleine, süße Smokezilla. Auch sehr schön gemachtes Video. Ist nicht die krasseste Quali, aber ein Satz ist da. Und eine Intro gemacht. So ein bisschen geredet. Und jetzt noch Pfeife zeigen. Finde ich cool. Finde ich gut. Und zwar ist das die erste Shisha von Joel. Das ist die Smokezilla. Wie die jetzt ganz genau heißt, wissen wir selber nicht mehr. Auf jeden Fall ist das eine Smokezilla mit so Strasssteinen oder Glowsteinen nennt man die, glaube ich. Die dann in der Dunkelheit dann leuchten. Zusätzlich haben wir als Setup zu dem ganz normalen Schlauch ein Mundstück aus Glas. Das Mundstück ist von Rosenfeld. Jeder kennt wahrscheinlich die Marke. Die gibt es auch häufig bei Amazon. Ah, das war mein Ellbogen. Ah, das war mein Ellbogen. Ah, das war der. Ah, das war diese Stelle. Diese Stelle am Ellbogen. Ah, das war genau hier. Genau hier war das. Eieieiei. Oh, das zieht aber. Sehr, sehr geiles Mundstück. Ist ein bisschen nass, weil wir eben schon geraucht haben. Aber das macht das Ganze nicht schlecht. Ja, und jetzt zeige ich euch, wie wir den Kopf bauen. Ja, wie eben schon erwähnt, rauchen wir das Ganze mit dem KS Apo. Das ist einfach ein Steinkopf. Jeder kennt ihn wahrscheinlich sehr geläufig. Einfach aus diesem Grunde, weil wir noch nicht mit diesem schönen Exemplar, und zwar den Werkbund, rauchen können. Ganz einfach, weil wir noch keine Smokebox haben. Die haben wir per Wish bestellt. Die kommt auch die Tage jetzt an. Er meinte natürlich, wisch dir deinen Kalaut Lotus Original. Aber jeder, der schon mal da bestellt hat, weiß, das dauert einfach zu lange. Dementsprechend heute im KS Apo. Aber geil, dass wir den am Start haben und Bock drauf haben. Und dann fangen wir auch direkt mal an. Zum Kopf bauen benutze ich dieses schöne Ding. Vielleicht kennen das einige aus Eiscafés. Das habe ich mir einfach zum Nutzen gemacht. Ich finde, das ist ähnlich wie so eine Kopfbaugabel. Ganz ehrlich, ich würde die hier abschneiden und als Kopfbaugabel nehmen. Dann hier noch ein bisschen anschleifen, damit es spitz wird. Und dann hast du praktisch die Werkbundgabel. Das ist praktisch. Und ja, eine günstige Alternative zu den Werkbundsachen. Machen wir jetzt erstmal Phantanas von Hukain auf. Sehr ausführlich, ey. Die Jungs sollten mit YouTube anfangen. So sieht das Ganze aus. Wie bei Hukain üblich. Sehr, sehr feucht. Das tut dem Ganzen aber kein Abbruch. Ich finde, das sind wenige kleine Ästchen. Dementsprechend auch eine ganz gute Tabakqualität. Und ja, leider habe ich kein Sieb mehr. Das habe ich verschludert. Das geht auch ohne. Deswegen rauchen wir jetzt ohne Sieb. Ja, macht dem Ganzen aber auch jetzt nicht viel ab. Muss man nur achten, dass jetzt die Löcher nicht verstopft werden und sowas. Aber das kriegen wir alles hin. So, ich versuche so zu bauen, dass ihr das ganz gut sehen könnt. Und zwar habe ich den Tabak jetzt mal durchgemischt. Und packe hier jetzt kleine Sachen hier rein. Also kleine Kleckschen, sage ich jetzt mal. Kleckschen. Da muss man einfach nur darauf achten, dass jetzt nicht irgendwie ein kleines Blatt ins Loch schlüpft. Das heißt, wenn ich hier mal so ein bisschen vorarbeite, ganz locker fluffig, dann passiert da eigentlich auch nichts. Man kann natürlich beim Rauchen ein Blatt anziehen. Das passiert leider. Wie gesagt, Sieb haben wir leider nicht da, aber demnächst auf jeden Fall wieder am Start. Ey, solange der Werkbund mit Smokebox am Start ist, ist mir das eh viel lieber. So ungefähr sollte dann der Kopf aussehen, unserer Meinung nach. Wobei ich jetzt beim Drehen sehe, hier könnte man noch so ein bisschen verfeinern. Ich sage mal, ein bisschen geht überall immer. Aber grundsätzlich ist das jetzt ein Kopfbau. Ich hätte eher gedacht, er macht das hier noch ein bisschen runter. Da steht eins relativ hoch. Das hier würde ich noch ein kleines bisschen weg machen und das. Also so Sachen würde ich gucken, dass die ein bisschen vom Rand weg sind, weil die dann da so alleine hängen. Der ist sehr fluffig angesetzt und so rauchen wir den eigentlich immer. Und so haben wir eigentlich auch ein sehr, sehr gutes Ergebnis immer eingefahren. Was wir jetzt zusätzlich machen, ist hier von Hokain die Mentholsteine einfach hinzuzufügen. Wir haben mal so ein bisschen probiert. Wir hatten zuerst fünf, sechs. Das war ein bisschen zu viel. Jetzt machen wir drei bis vier. Ich würde hier sagen, machen wir einfach mal vier Stück drauf. Hier, hier, hier und hier. Und dementsprechend gucken wir dann, wie das Endresultat ist. Hierfür nehme ich dann wieder, wie gesagt, hier dieses Löffelstück. Suche mir hier Steine aus, die mich anlächeln. Ja, da gibt es hier. Hallo, ich bin ein Stein. Rauch mich. Ist jetzt nicht passiert. Ganz spezielle, ich nehme gerne so große Flache. Ja, die haben eine große Angriffsfläche und dementsprechend die kleinen, finde ich, ist immer schwer einzuschätzen, wie die dann praktisch mit Molasse vollgesogen sind. So, das ist der zweite. Dann gucken wir mal, der lächelt mich hier an, das ist dann der vierte, der dritte. So, da fehlt uns noch einer. Eins, zwei, vier. Hier, nochmal ein. Ah, der ist doch ganz nice. So. So sollte das dann im Endeffekt aussehen. Und dann fehlt eigentlich nur noch das Kohleanzünden, das wenig spektakulär. Und die Pfeife nochmal zusammenzusetzen, das zeigen wir euch nicht. Das ist einfach, jeder kennt das, das Prozedere. Und dementsprechend zeigen wir euch dann das Anrauchen und das Endresultat. So, meine Freunde, die Kohle ist fertig, sie glüht jetzt schon mal auf dem Kamin. Und passend zu unserem Kopfbau, Phantanas von Kain, haben wir hier auch die Phanta Ananas. Geil. Und ja, da würde ich mal sagen, das passt. Gehen wir nun zum Anrauchen. Ganz, ganz bedacht und langsam wird der Rauch ausgeatmet. Aber für Anrauchen ist es schon okay. Da war der Dildo noch an. Pfeife geht absolut klar. Ja, aber er genießt das Pfeifchen. Rauch ist okay. Für den KS Apo ist es voll in Ordnung. Einfach mal jeden Kamerawinkel mitgenommen, der ihm irgendwie eingefallen ist. Sehr geil. Achtung, jetzt nochmal leicht links rüber gekippt. Vorsicht. Bup. Feier ich. Finde ich sehr geil. Finde ich sehr, sehr geil. Ja, der riecht zwar nicht über Kühl, aber dauerlich mal, dann wird er krass. Ich bin sehr gespannt, Leute. Was läuft denn da im Hintergrund? Oh. Schönes Shisha-WG-Video. Schönes Pfeifchen rauchen. Wunderbar. Wunderbar heißt das. Outtakes, da ist hoffentlich keine Musik mehr. Hi, ich bin der Julian und zusammen mit dem Joel, der hinter der Kamera sitzt. Was? Finger ist sowas von... Nein, ist er nicht, wirklich nicht. Wunderbar. Hi, mein Name ist Julian. Ich bin voller Shisha-WG. Ja. Hi, liebe Shisha-WG. Mein Name ist Julian. Hinter der Kamera. Ja. Okay, sehr nice. War ein schönes Video. Leute, ich danke euch erneut für die Einsendung. Es macht mir unglaublich viel Spaß, eure Kopfballvideos anzugucken. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Glocke aktivieren, damit ihr das nächste nicht verpasst. Und in dem sehen wir uns dann hoffentlich wieder. Bis dahin. Macht es gut. Eure Shisha-WG.